Microsoft Patentanmeldungen zum Kauf und Verkauf von Bitcoin Microsoft Weltpatent Nummer 060606 und der Plan für die globale Versklavung Die Aktivität des menschlichen Körpers im Zusammenhang mit einer einem Benutzer bereitgestellten Aufgabe kann in einem Miningprozess eines Kryptowährungssystems verwendet werden. Ein Server kann einem Gerät eines Benutzers eine Aufgabe bereitstellen, die kommunikativ mit dem Server verbunden ist. Ein Sensor, der kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelt ist oder in diesem enthalten ist, kann die Körperaktivität des Benutzers erfassen. Körperaktivitätsdaten können basierend auf der erfassten Körperaktivität des Benutzers erzeugt werden. Das Kryptowährungssystem, das kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelt ist, kann überprüfen, ob die Körperaktivitätsdaten eine oder mehrere von Kryptowährungssystemen festgelegte Bedingungen erfüllen und dem Benutzer, dessen Körperaktivitätsdaten überprüft werden, Kryptowährung zuweisen. Microsoft, das bereits die ID2020 finanziert, meldet ein Patent für den Kauf und Verkauf von Bitcoin-Kryptowährung an, die mit einem Gerät funktioniert, das am menschlichen Körper getragen wird – Smartphone, Smartwatch etc. – und mit einem Computernetzwerk interagiert. Bill Gates hat sich möglicherweise rechtlich von Microsoft getrennt, aber da beide Unternehmen genau dieselbe Mission erfüllen, hat eine Trennung des Zwecks sicherlich nicht stattgefunden. Während Bill Gates den Menschen mitteilte, dass innerhalb von 18 Monaten ein globaler Impfstoff für alle Menschen auf der Erde verfügbar sein wird, hat seine alte Firma Microsoft ein Patent entwickelt, das mit dem Puls, der Temperatur und den Gehirnwellen des menschlichen Körpers in der richtigen Reihenfolge interagiert, um den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen zu betreiben. Mal sehen, wo sonst habe ich das schon gelesen? Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihrer rechte Hand oder an ihrer Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, der das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist eine Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Offenbarung 13 Vers 16 bis 18 Die Europäische Zentralbank EZB entschied im Mai 2016, den Druck von 500-Euro-Scheinen in absehbarer Zeit einzustellen. Wie ein EZB-Vertreter in der Presse verlauten dies, soll diese Maßnahme nicht das Ende des Bargelds einläuten, das ja für viele EU-Bürger noch immer eine Art gedruckte Privatsphäre sei. Aber wer weiß, was heute noch nicht auf der Tagesordnung steht, kann morgen abschließend diskutiert und zeitnah umgesetzt werden. 2015 fand in Düsseldorf die erste Cyborg-Messe der Welt statt. Mit Cyborgs werden Menschen bezeichnet, deren Körper dauerhaft mit künstlichen Bauteilen versehen wird. Immer mehr Menschen lassen sich beispielsweise Minichips unter die Haut spritzen. Diese Prozedur dauert nur 10 Minuten und verursacht lediglich einen kleinen Schmerz. Der Chip soll Visitenkarten, Schlüssel, Zahlungsmittel und vieles mehr ersetzen und Komfort und Sicherheit bringen. Solche Schlagzeilen lassen Bibeldeser aufräuchen. Sie fragen sich, wie lange wird es wohl dauern, bis die Zeit gekommen ist, wenn Menschen nur noch mit einem Mahlzeichen an Hand oder Stirn kaufen und verkaufen können. Schnell wird viel spekuliert und Verschwörungstheorien blühen auf. Darum soll es in diesem Artikel freilich nicht gehen, sondern wir möchten das untersuchen, was die Schrift über das Mahlzeichen des Tieres zu sagen hat. Aber eines ist klar, das Tier, um das es bei dem Mahlzeichen geht, wird 42 Monate regieren. Offenbarung 13, Vers 5 Das ist die Zeit der großen Drangsal, die zweite Hälfte der letzten Jahrwoche Daniels, die insgesamt sieben Jahre dauert. Diese furchtbare Zeit endet mit der Erscheinung des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Die Entrückung der Gläubigen wird bereits stattfinden, bevor die Stunde der Versuchung über die Erde hereinbricht. Wenn Gott seine Gerichte entfesselt, befinden sich die 24 Ältesten, das heißt die Verherrlichten, Heiligen im Himmel. Das Tier wird seine Lästerungen gegen diejenigen richten, die im Himmel wohnen. Dazu gehören wir Christen, die vor der Stunde der Versuchung bewahrt und in den Himmel aufgenommen worden sind. Bill Gates und Microsoft geben Milliarden aus, um erstens Injizieren von Impfungen, zweitens ein Patent zu kaufen und Verkaufen von Währungen erstellen und drittens fügen sie diese beiden Dinge einer digitalen Identifikation von ID2020 hinzu, die sie auch finanzieren. Die Veröffentlichungsnummer dieses Microsoft-Patents lautet 060606. Wohin bringt uns das? Ein Dichter sagte einmal, wenn Ihnen jemand zeigt, wer er ist, glauben Sie ihm. Bill Gates hat uns gezeigt, wer er ist. Microsoft hat uns gezeigt, wer Sie sind. Die Frage ist nur, glauben Sie Ihnen? Ich mache es auf jeden Fall. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam an einem hybriden Kopf hängen und es scheint, dass das, was auf energiefressende Mining-Server mit Kryptowährungen wie Bitcoin getan werden musste, jetzt vom menschlichen Bio-Computer erledigt werden kann. Das einzigartige an Blockchain-Zahlungssystemen war, dass Sie Computer, sobald Sie eine sogenannte Brieftasche im Netzwerk genommen haben, einen Block im Netzwerk gebildet hat, wobei Ihr Computer eine Art Berechnungsprogramm erhält, das den Sicherheitsschlüssel einer Münze berechnet. Alle Computer im Netzwerk müssen dann denselben Schlüssel wie die Bestätigung haben. Wenn also das gesamte Netzwerk eine Transaktion von einer Münze sieht, wenn alle dieses Schlüssel überprüft und wenn eine davon abweicht, ist die Transaktion illegal und wird abgelehnt. Das würde eine nicht hackbare Sicherheit bieten. Das Problem ist jedoch, dass Bitcoin-Mining viel Rechenleistung erfordert und dies Strom verbraucht. Aus diesem Grund landete das Bitcoin-Mining in einer der energiesparendsten Branchen der Welt. Das Microsoft-Patent scheint auf diesem Blockchain-Prinzip abzuspielen, das nicht nur sehr energiesparend ist, sondern auch das Internet in Bezug auf die Bandbreite stark belastet. Schließlich müssen alle Computer in der Kette immer auf ein Positives für die Verschlüsselung überprüft werden. Einfach ausgedrückt, Microsoft möchte das menschliche Gehirn als Block in der Blockchain verwenden. Das 5G-Netzwerk bietet ausreichend Bandbreite, um dies zu realisieren. Ich warne auf der Website seit Jahren vor der Einführung des Modellpunktsystems, das auf dem chinesischen Sesum-Kreditsystem basiert. Die Coronavirus-Pandemie bietet das perfekte Alibi für die Einführung eines solchen Systems. Konkret bedeutet dies, dass in erster Linie eine Bewertung ihres Verhaltens ausgedrückten Punkten in der Cloud gespeichert wird. Wenn Sie die Regeln genau befolgen, können Sie öffentliche Verkehrsmittel oder Flugzeuge benutzen. Wenn Sie die Regeln nicht befolgen, sinkt Ihre Punktezahl. Die Social Distancing-Apps, die bald verfügbar sein werden, sind ein Vorbote eines solchen Verhaltensbewertungssystems. Wenn Sie nicht genügend Abstand zu potenziellen Infizierten halten, müssen Sie zu Hause unter Quarantäne gestellt werden. Wir sehen auch, dass China den Weg dorthin weist. Am 31. März zufällig angekündigte Amtsblatt des Königreichs der Niederlande Gesetzesänderung, das ermöglicht eine digitale ID. Bitte lesen Sie. Königreich Gesetz vom 6. März 2020 zur Änderung des Passgesetzes im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Identifikation mit einem öffentlichen Identifikationsmittel und der Erweiterung des Grundregisters der Reisedokumente. Wir haben daher die Auffassung vertreten, dass es wünschenswert ist, das Passgesetz im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Identifikation auf öffentlichen Wege und der Erweiterung des Grundregisters für Reisedokumente zu ändern. Wenn wir also jetzt nicht massenhaft aufwachen und feststellen, dass wir Zeuge einer psychologischen Operation sind, die dem Masterscript vollständig entspricht, gibt es kein Entkommen. Dann können wir nicht mehr kaufen oder verkaufen, wenn wir nicht alle Anforderungen des Staates erfüllen. Und für alle bedeutet das wirklich alles. Ein geringfügiger Verstoß hat unmittelbare Konsequenzen. Wenn Sie nicht an der Impfpflicht teilnehmen, denken Sie an Bill Gates, bedeutet es definitiv das Ende der Fähigkeiten zu reisen und überhaupt an der Gesellschaft teilzunehmen. Sie sollten an die grundlegendsten Dinge denken, wie die Möglichkeit, Essen und Getränke zu kaufen. Diese Lüge ist die falsche Illusion, die die Menschheit im passiven Modus und im digitalen Gefängnis der luziferischen Virensimulation hält. Eine Virensimulation, die entwickelt wurde, um unsere ursprünglichen Stammzelleninformationen, unser ursprüngliches Bewusstsein, durch Fusion mit KI zu stehlen. Wir müssen aus der Programmierung heraus und wissen, dass wir souverän sind. Lesen Sie den obigen Abschnitt des Amtsblatts noch einmal. Darin sehen Sie, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Bewusstseinssouveränität verlassen können. Sie sind von Natur aus souverän und kein Gesetz kann Sie zu irgendetwas zwingen. Das griechische Wort, das in der Elbefelder Übersetzung mit Malzeichen wiedergegeben wird, bedeutet auch Brandmal, Muttermal, Brandzeichen, bis einer Schlange, eingraviertes, geätztes, gebranntes oder geschriebenes Zeichen, Inschrift, Brennstempel, Münzprägung. Das macht deutlich, das Malzeichen ist nicht ein Abdruck, den man rasch wieder entfernen oder abwaschen kann, sondern eine dauerhafte Kennzeichnung. Dieses Zeichen ist für jeden gleich. Es mag sein, dass mit den Malzeichen individuelle Informationen verbunden werden können, wie zum Beispiel eine Bankverbindung. Aber dieses Zeichen drückt zunächst einfach eins aus, die Unterordnung unter das Tier, den kommenden Superherrscher der Welt. Das Malzeichen wird entweder an die rechte Hand oder an die Stirn angebracht. Die rechte Hand deutet auf körperliche Arbeit hin, die Stirn auf geistige Tätigkeit. In allen Bereichen sollen sich die Menschen der Autorität dieses Diktators unterwerfen. Das Malzeichen steht im auffälligen Gegensatz zu dem Siegel Gottes, das Gottes Knechte empfangen. Die Patentinformationen für das Microsoft-Gerät zum Kauf und Verkauf von Kryptowährungen und Verwendung des menschlichen Körpers und der gesamte Artikel sind in der Videobeschreibung verlinkt.